Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Serie «Das Geheimnis der Hohepriesterin». Wir sind ja immer noch unterwegs mit den Energien der Tiere. Und ich finde das ein wunderschönes Tarot-Deck, weil ich finde, mit den Tieren zu arbeiten, das ist wirklich auch so eine ganz besondere Tiefe. Und ich freue mich jetzt sehr, mit dir zusammen in die Erlegung hineinzustarten. Falls du zuerst einmal mit dabei bist, die Hohepriesterin ist eine hohe Arcana-Karte vom Tarot und es bezieht sich vor allem auf einen Mondzyklus, weil die Hohepriesterin ist sehr stark mit den lunaren Energien des Mondes verbunden. Das sieht man ja auch hier an ihrer Mondkrone. Sie hat hier den Vollmond, den abnehmenden Mond, den zunehmenden Mond, der durch ihre Krone dargestellt wird. Und auch hier unten die Mondparken, also die Mondsichle, die eigentlich ein kleines Schiffchen darstellt, weil ihr Kleid wird hier eigentlich so wie zu Wasser. Und dann schwimmen hier die Mondparken in ihrem Kleid. Das ist eigentlich eine sehr schöne Energie, auch eine sehr mystische Energie. Im Hintergrund sehen wir auch das Meer, ganz fein so durchdrücken. Und sie ist umrandet von den Säulen von Boaz und Jachin. Das sind die Säulen vor dem Tempel in Jerusalem. Und die stehen für das Unterbewusstsein und für das Bewusstsein. Und im Hintergrund haben wir hier auch noch das Tuch mit den Granatöpfeln drauf, die eigentlich für die hohe weibliche Energie auch steht. Nebst der Herrscherin, die auf der dritten Position kommt. Und sie ist jetzt so auf dem 2 und es ist eigentlich so ein bisschen wie eine kosmische Mutterenergie, die sie verkörpert, verbunden mit einer ganz tiefen Stille. Darum heisst es auch das Geheimnis der hohe Priesterin, weil sie hat dort die Thora, die Rolle der Weisheit auf ihrem Schoß. Und sie ist ja manchmal auch bereit, das Geheimnis preis zu geben. Das Geheimnis der hohe Priesterin wird ausgeleitet anhand dieser Karte. Also es wird so ein bisschen als Symbolbild genommen. Und die Thora, die Weisheitsrolle, die ist da, die letzte Karte. Wenn die aufgedeckt wird, und es ist eine grosse Arcana-Karte, dann endet das Spiel mit dem Geheimnis der hohe Priesterin. Und in Orakeln einfach so lange mit dem Orakel, bis sich das befreit hat. Und häufig ist da drin ein ganzer Prozess drin enthalten von unterschiedlichsten Themen, die von unterschiedlichsten Blickwinkeln aus bearbeitet werden und über die Serie natürlich einen roten Faden bekommen. Also kann ich dir sehr empfehlen, wenn du jetzt so einsteigst, schaust dir die ganze Serie an. Ich habe es abgespeichert in den Playlists. Und in den Playlists siehst du auch schon die anderen Serien, die aus dem heraus entstanden sind. Und ich finde auch, es ist jedes Mal, wenn sie ihr das Geheimnis preisgibt, manchmal geht das je nachdem noch Monate, bis sich das verwirklicht, aber es entsteht dann aus dem heraus ganz viel Spannendes, was sich dann auch wiederum in den Orakel niederschlägt. Darum finde ich es einfach ganz eine starke Energie, die die Hohe Priesterin auch ausstrahlt, auch wenn sie aus dem Weiblichen kommt. Sie arbeiten ja auch mit dem Unterbewusstsein und eben mit den Mondkräften. Die sind zwar sehr subtil, aber es sind die Energien, die uns ständig umrunden und wir uns fragen, was könnte das sein? Also es ist eine ganz starke mystische Energie hier drin auch enthalten. Und darum setze ich es jetzt einfach ein bisschen zur Erinnerung dazu. Wenn ich Orakel in der Hohe Priesterin oder mit der Hohe Priesterinnen-Energie lege ich auch noch den Ring der Hohe Priesterin an, weil ich ja selber auch eine Hohe Priesterin bin. Als ich das mitbekommen habe, dass ich das auch bin, oder dass das ein Teil ist von mir, habe ich irgendwie gedacht, das kann ja gar nicht sein, dass ich das gar nicht glauben konnte. Und ja, mache jetzt einfach so meine Arbeit im Rahmen von dem, wie sich das mir zeigt. Vielleicht nicht ganz so mystisch und still, wie sie das macht, aber auf meine ganz eigene Art. Gut, also, dann lassen wir doch jetzt das Orakul los und schaue einfach mal, was ich dir hier zeigen möchte, als die nächste Energie vom Geheimnis vor der Hohe Priesterin. Um was geht es? Wow, es geht um die Bienen. Um die Beine. Und es geht darum, dass dein Herzschakra in Schwingung kommt. Und dass du die grosse, grosse Liebesenergie in dir drinnen aktivierst. Und dass es in deinem Leben so richtig gut wird. Dass du die Freude geniessen darfst. Dass du die sonnigen Energien durfst geniessen. Und dass es einen grossen Wachstumsschub gibt in deinem Herzen, wo du in ein Erblühen kommen darfst. Also Freude, wo du hast eine extrem positive Energie zu gehen, die ich erreichen möchte. Es hat viel mit Liebe zu tun. Mit nächster Liebe auch. Aber auch mit der Schönheit. Der Schönheit, die du im Aussen siehst. Was auch ein Ausdruck ist von der Liebe, von der nächsten Liebe. Und auf die möchte ich zukommen. Weil wir sind ja im Jahr von den Liebenden. Und die Bienen mit ihrer Schwingung, mit ihrem Summton, hat natürlich eine ganz starke Wirkung auch auf dein Herzschakra. Ich mache ja irgendwann, ich weiss gerade gar nicht wann, aber ich habe einen Entwicklungskreis geplant mit Gelee Royale. Und ich freue mich schon sehr. Milch und Honig und Gelee Royale. Und ich freue mich schon sehr, das durchzuführen. Eventuell könnte das auch etwas für dich sein. Prüf das. Weil es geht für dich darum, dass hier deine Knöschten aufgehen dürfen und dass du einfach ein Leben in Liebe geniessen darfst, wo du das Wachstum von dir selber und von deinem Herzen spürst und wo du dich in Liebe mit anderen Menschen verbinden darfst. Und ich betone da Menschen. Ich meine mit dem nicht Partnerschaften. Weil Liebe ist ja auch etwas, das man mit anderen Menschen teilen kann, das man fest gerne hat im Herzen. Und das ist etwas ganz wunderschönes, das hier zu dir möchte kommen und sich für dich öffnen möchte. Es geht auch um eine ganz tiefe Geborgenheit, was ich bei dir spüren kann. Und über die Geborgenheit verbunden auch das Arbeiten für eine höhere Mission. Was ist deine höhere Mission? Oder denkst du nur an dich und deinen persönlichen Vorteil? Das geht natürlich nicht. Auch wenn du hier zuschauen kannst, ist es ja logisch. Weil jeder hat mit seinem Wirken eine höhere Mission. Und wir wissen ja auch von den Bienen, dass sie mit ihrem Wirken einen ganz grossen Beitrag leisten für die Fruchtbarkeit auf der Erde. Und spürt die Wärme, die da ist und auf die ich zukommen möchte. Es ist viel Wärme spürbar. Und einfach auch wirklich eine echte Liebe. Was ich dir möchte öffnen und widersetze dich in dem nicht. Ja, weil das ist etwas Heiliges. Das ist so die Summe der Schönheit. Die Summe der Wärme. Das Summe vom Sommer. Und von der Sonne. Wir schauen, welche Energie kommt auch noch dazu. Oh, Seeker of Branches. Das Kamel. Also mit dem Cameo sehe ich, dass du ein bisschen auf einer Durststrecke bist. Auf einer Durststrecke vermutlich auch, was die Liebe anbelangt in deinem Leben. Und dass du so ein bisschen, es kommt mir fast ein bisschen vor, wie der Jesus, der in der Wüste ausgesetzt wurde und irgendwie 40 Tage ohne Wasser musste durch die Wüste gehen. Aber ich sehe, dass das, was du im Moment vollziehst, absolvierst, ganz viel mit dem zu tun hat, dass du in deine eigene Weisheit durstst kommen. Dass du deine Ängste durst abbauen. Vielleicht auch deine Ängste vor wahrer und echter Liebe. Und dass du erkennst, auf dem Pfad von diesem Durst, von dieser Ausdauer, die von dir gefragt wird, dass du wirklich den Wert der Liebe erkennst. So kommt es mir fast ein bisschen vor. Du bist begleitet und du bist geführt. Du hast viele Geistführer an deiner Seite und auch die positiven und liebevollen Wesen, die unsichtbaren Wesen, die dich begleiten, die dich dorthin gehend begleiten, damit du dein altes Urwissen, dein spirituelles Urwissen aktivieren kannst. Und es geht wirklich auch noch ein bisschen um eine Suche, um eine Schatzsuche. Kann ich bei dir wie auch vornehmen. Und zwar, um eine Schatzsuche von der Liebe. Um die Schatzsuche, wer oder was deine Liebe ist. und das setzt von dir sehr viel Ausdauer voraus. Damit du eben, auch da, den Wert erkennst und die Bedeutung erkennst von Wahrer und echter Liebe. Und dass du erkennst, dass das etwas ganz, ganz Kostbares ist, was man nicht einfach so haben kann, was man sich schon ein bisschen verdienen muss. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, wenn ich das so sage. Aber ich habe ein bisschen den Eindruck, dass möglicherweise in deinem Leben gewisse Sachen ein bisschen zu selbstverständlich gelaufen sind. In gewissen Lebensbereichen. Und dass du jetzt, wie auch noch mal in dieser Zeit, zwungen wirst, den Fokus ganz auf dich zu nehmen und für einen oder anderen vielleicht auch diese Strecke in der Wüsche noch mal verlängert wird, um dir ganz bewusst zu werden, wie heilig die Liebe ist. Und dass wir alle gleich berechtigt sind. Ob wir ein Biendli sind oder ob wir ein Kamel sind. Wir alle leisten unseren Beitrag für die Welt, bewusst oder auch unbewusst. Und das ist etwas, wo bei dir, in deinem System, dir noch bewusst sein darf. Oder wo du dran bist. Ich sehe, du bist dran, dir dem bewusst zu werden. Und über das aktiviert sich auch dein ganz grosses alte Wissen. Dein altes Wissen, das du dir vor allem auch in Inkarnationen in Ägypten erarbeitet hast. Aber auch hier damit verbunden eine ganz tiefe Heilung von alten Ängsten. Von alten Ängsten, aber auch eine tiefe Heilung von deinem Selbstwert, den ich hier wohnen und sehe. Weil du hast es verdient, dass es dir vielleicht leicht gehen darf. Später, wenn du weitergewandert bist. Es ist noch ein Prozess. Und bis dann ist es wichtig, mit deinen Ressourcen, mit deinen Ressourcen ganz sorgfältig umzugehen. Und vielleicht auch auf einer gewissen Sparflamme mit deinen eigenen Energien auszuhalten, dass du die Durst, wonach du auch immer dürstest, dann da, wenn du ankam bist, in dieser Oase, wirklich ganz stillen kannst. Und eine tiefe Beruhigung bekommst von dir und von deiner Energie. Und so etwas wie du darfst ankam. Ja, ankam im Leben. eine Sehnsucht anzukommen im Leben, zu spüren und auch einfach das Glück dürfen zu spüren in deinen Verbindungen, in deinen Beziehungen und dass es auch leicht gehen darf. Schön. Wir schauen mal, was ist abnehmend da? Ja, super. Bad Master of Suspension. Die Flethermus ist abnehmend. Ja, ich sehe, meine Liebe, meine Liebe, dass du da ein bisschen in eine schwierige Phase vom Leben gekommen bist, wo du dazu gezwungen worden bist, gewisse Lebensthemen wirklich von einer anderen Perspektive aus anzuschauen und durch das auch in eine tiefe Erkenntnis zu kommen. Ich sehe auch, dass das nicht ganz ein einfacher Weg war für dich mit der Fledermaus, weil die Fledermaus ist ja deine Begleiterin in die Dunkelheit. Ja, wenn du mal Krafttier Fledermaus googlst, mach das mal. Sie begleitet dich in deine eigene Dunkelheit, dass du nicht musst Angst haben vor deinem eigenen Schatten. Und vor dem muss niemand Angst haben. Es gibt immer genügend Begleiter, und ich sehe, dass du Begleiter hast an deiner Seite, die unterstützen, die Schatten anzuschauen, deine niederen Themen anzuschauen, deine Themen, die du vielleicht auch aus dem Ego heraus agiert hast und somit dich selber und andere Menschen verletzt hast. Und ich finde und sehe, dass da ein tiefer Vergebensprozess stattfindet für dich, wo ganz vieles in die Heilung kommen darf. Und das aber auch ganz vieles in dir musste sterben und abbrechen für das hier ein neues Wachstum mit diesen äusseren Baum spitzen. Siehst du das? Es kommt mir so ein bisschen vor, als wäre es schon einmal gestutzt worden vom Leben, um im Frühling richtig neu auszutreiben. So wie man einen Strauch im Herbst zurückschneidet, zurückstutzt, für das hier ein neues Austreiben stattfinden kann. Und das wird kommen, meine Liebe, meine Liebe. Du darfst im Vertrauen bleiben. Das ist deine Lernaufgabe, Vertrauen, Vertrauen zu haben in dein Leben, Vertrauen zu haben in deine höhere Führung, dass das, was dir gegeben wird, wirklich etwas ist, was gut ist. Und dass es auch mit einer ganz tiefen Heilung zu tun hat. Und dass du auch dazu gezwungen worden bist, gewisse Sachen wirklich auch von einem anderen Blickwinkel aus anzulögen. Was ja eben heisst, dass du deine Ego-Perspektive durfst, du musst loslassen und somit auch zu einer neuen Erkenntnis gekommen bist, über dich selber. Und du bist noch in einem Heilungsprozess, das geht noch einen Moment, das geht noch nicht ganz so schnell. Und das ist natürlich eine starke Karte mit Bät. Ich erinnere mich, das ist glaube ich, auch in irgendeinem von den Hindernis-Orakul oder vom Inanna-Orakul vom Herbst gekommen. Ich sehe aber, dass das hier, das ist ja der Gehängtil, dass das jetzt auf einer abnehmenden Position ist. Das heisst, die Energie schleichen aus, allmählich. Aber sie können dich schon noch mal von hinten attackieren, wenn du deine Aufgabe nicht ganz verstanden hast. Das ist ja so, als würde man noch mal kurz einen Schlagli auf den Kopf bekommen, um den Wert zu erkennen. und ich sehe, dass einige von euch vielleicht den Wert noch nicht ganz erkennt haben, dass der Weg, der dir geht, dass der Weg, der uns Menschen allen ja nicht erspart bleibt, ein guter Weg ist. Und es geht darum für dich in diesem Moment noch mal in aller Klarheit, aber auch Dankbarkeit sowie auch Demut können zu erkennen, dass das für dich das Beste ist und für dich das Beste wird sein, nämlich, dass du erkennst und darfst erkennen in diesem Jahr von den Liebenden hier über die Bienen, dass die Liebe das höchste Gut ist. Wenn du das nicht wertschätzt und wenn du das nicht anerkennst oder kannst verstehen, wenn du keinen Kontrastpunkt dazu hast, wirst du den Wert der Liebe nicht erkennen können. Und du bist in diesen Prozess reinkommen, in der Vergangenheit und bist momentan noch in dem, dass du erkennst, wie wertvoll die Liebe ist, wie wertvoll Freundschaft ist, wie wertvoll deine Verbindung zu anderen Menschen ist, insbesondere, wenn sie aus ihrer Energie der Liebe kommen, um dich zu geben, um dich selber zu geben, um dich in deinem Schatten zu geben, damit du den anschauen, umarmen, Liebe transformieren, loslassen, um ganz und gar selber wieder in die Liebe zu kommen und dass du das als etwas Freudvolles empfindest und dass du nicht Angst vor dem haben musst. Du musst nur Angst vor deinem eigenen unterdrückten Schatten. Das ist ja auch das, was dir die Schatten sagt und das ist auch das, wo dich die Schatten herführen möchte oder wo eben tot Fledermaus dich hergeführt hat, dass du das überwinden kannst, die Überwindung von deinen eigenen Hindernissen. Sehr spannende Energie, finde ich. Wir schauen, was hat Haupteinfluss in deinem Leben. Jö, die Rehe. Also, mit dem Rehe sehe ich bei dir, es ist noch eine Zeit der Geduld, die noch auf sich warten zu lassen. Es ist noch nicht die grosse Ernte. Die Arbeit und die tiefe Auseinandersetzung mit dir selber möchte dir sagen, dass du hier auf gutem Weg unterwegs bist und dass ganz viele Knöschbe und Früchte, die hier am Austreiben sind, dass du hier wie noch mal ein bisschen Geduld brauchst, weil du bist in einem Wachstumsprozess drin. Und ich sehe auch, dass es für den einen oder anderen von euch auch um eine finanzielle Neuordnung geht, die dir vollzogen hat. Auch da sehe ich, dass es Themen gab, die gestützt worden sind in der Vergangenheit, damit es neu aufblühen kann. Und dass du vielleicht auch ein bisschen, aber das sehe ich wirklich nur im ganz Kleinen, in einem gewissen Mangel, sei das finanzieller Art, aber über die Finanzen natürlich immer direkt auch emotionaler Art, auf dich zurückgeworfen wirst, um den Wert eben zu erkennen, dass du deinen eigenen Wert erkennst. Und wenn du deinen eigenen Wert erkannt hast, dass du dann auch den Wert der Liebe erkennen kannst. Und dass dann in der Folge, und das ist ja ganz logisch, auch ganz viel Harmonie in deinem Leben zurückkommen wird. Und auch Musikgang. Ja, also das braucht noch ein bisschen Zeit, es braucht auch noch ein bisschen Achtsamkeit, Sorgfalt, das ist nichts, wo du so ein bisschen durchrennen und durchsäcklen und sagst, oh, jetzt habe ich das gerade erledigt und jetzt ist es gerade geäppig und gut. Sondern du musst ganz in das hineingehen, du musst das ganz erleben, ganz fühlen, ganz verstehen, weil sonst wäre es oberflächlich. Und an dieser Lernaufgabe kommst du im Moment leider nicht daran vorbei. Weil wir haben hier mit diesen zwei Karten große Arcana-Karten. Das sind starke Karten, die sind dominant und die wollen Einfluss nehmen auf dich und auf das, was in deinem Leben passiert, für das du es eben wirklich auch verstehst und das eben wirklich auch aus diesem tiefen Verstehen heraus auch ein Umdenken passiert in deinem eigenen Leben und auch in Bezug auf deine eigene Lebensführung. Nämlich, dass du erkennst und dörst verstehen, dass die Liebe die höchste Kraft in diesem Universum ist. Und dass alles, was dir begegnet im Rahmen der Liebe, wenn es dir auch Angst macht, nichts anderes ist, als ein Schattenwurf von deinen eigenen unbetrachteten Lebensthemen. Gut, was nimmt dazu an Kraft bei dir? Oh, der Frosch. Also ich sehe wirklich für dich auch, dass du zufrieden dürfst sein und zufrieden wirst werden mit dem Wenigen, was du hast. Vielleicht auch in dem immer noch etwas Abwarten, was vielleicht ganz viele Menschen im Moment auch erleben. Dass wir so in einer Warteposition sind. Wobei, es ist eigentlich nicht das Warten. Wenn du mein Buddha-Orakel geschaut hast, dann solltest du verstanden haben, dass es nicht ein Warten oder ein Abwarten ist, sondern dass es darum geht, ganz und gar dir gewahrt zu sein, wer du in diesem Moment bist. Und dass du siehst und erkennst, dass das, was du hast, viel ist. Weil du hast ja dich. Du hast dich. Das ist das Grösste, das dir dein Leben geben kann, das dir deine Seele geben kann. Was für ein grosses Geschenk ist das, wenn du erkannt hast, dass du dich hast. Und du suchst vielleicht häufig auch noch ein bisschen den Mangel in Äusserlichkeiten. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum du überhaupt ein Mangelgefühl hast oder eine Bedürftigkeit hast. Weil du deine eigene Schönheit da noch nicht ganz erkannt hast. Und das ist auch etwas, was da die Fledermäuse für dich noch daran arbeitet, dass du erkennen darf, dass du mit wenig ganz viel hast. Dass du im Wenigen die totale Fülle herrschst und dass es etwas Grossartiges und Schönes ist. Dass du dich aber auch mit wenigen Menschen um dich herum eine sehr, sehr hohe Qualität kannst erreichen, im Zusammensein, was deine Freunde anbelangt. Im Zusammensein, was deine Mitmenschen anbelangt. Vielleicht auch im Bewussten aussuchen, mit welchen Menschen du Zeit verbringen möchtest, wo du wirklich einen echten Quality-Time wirst können. Also überprüfe da gut, wo du Kompromisse einst und wo ist es wirklich etwas, was dir etwas gibt, was dich nährt. Und was dir und deiner Seele, deinem Innersten gut tut. Ich bin viel so fest der Überzeugung, das schöne Orakel anzuschauen oder was auch immer du anschaust. Etwas Gutes im TV, etwas, was dich im Inneren nährt, dass das dir eine unglaubliche Lebensqualität vermitteln kann. Und darum, geh achtsam um, auch mit diesen Ressourcen, auch mit deinen Ressourcen. Und das ist auch nicht etwas Selbstverständliches. Das merke ich auch, wenn ich das hier für dich deute, weil es einfach grundsätzlich nicht selbstverständlich ist. Es ist ein Riesenprivileg, dass wir hier dürfen sein, dass wir als Menschen hier dürfen sein und dass wir uns so dürfen sehen, warnen und dürfen anerkennen in dem, wie wir zusammenleben. Und dass es ein grosses Geschenk ist. Und darum ist es umso wichtiger, dem gegenüber auch eine gewisse Dankbarkeit und vielleicht auch Demut zu entwickeln. Demut gegenüber deinem Leben. Demut gegenüber dem, was und wie dein Leben dich bewegt. Wir schauen, was ist in deinem Unterbewusstsein. Ja, da haben wir den Luchz. Mit dem Luchz in deinem Unterbewusstsein sehe ich einfach noch, es gibt noch so Ängste in dir innen. Es gibt noch so etwas Unausgesprochen nichts in dir innen. Und auch so eine falsche Zurückhaltung oder Schüchternheit. Und auch so ein bisschen das Gefühl, vielleicht einen Kopf kleiner zu sein. Ein fehlendes Vertrauen ins Leben, weil du vielleicht schon vieles einstecken musst, vieles einkassieren musst. Und das hat dich so wie eine Hemmung in dir ausgebildet. Und die Hemmungen und die Ängstlichkeit, die Schüchternheit, das möchte alles jetzt auch angeschaut werden und angegangen werden. Dass du angstfrei kannst, durchs Leben zu gehen. Das ist auch das, was ich vorhin gesagt habe, im Buddha-Orakul, alles, was du austeilst, das kommt zu dir zurück. Das ist einfach der Spiegel. Und diese Honigbiene, die ist für dich da, dass du dich anerkennen darfst, dass du dein Innerstes anerkennen darfst und wertschätzen darfst. Und dass du auch nicht das Gefühl haben musst, du bist irgendwie da so ein Aussenseiter oder so eine Person im Abseits. Ich sehe, da ist auch ganz viel so Heimliches, Verborgenes im Gang. Und das muss nicht sein. Es geht darum, dass du dich da wieder aufrichten kannst. Und dass du zu dir kannst stehen. Zu dem Wesen kannst du stehen, wer du bist. Und dass du dich so annehmen kannst. Und dass du freudvoll und fröhlich darfst sein mit dem, wer du bist. Wie du bist. Und dass du aufblühen kannst. Ja. Aber das ist natürlich ein Prozess, den ich da sehe. Und das hat auch mit dem zu tun, dass du da wirklich in die Schönheit des Lebens kommen darfst. Weil du musst erkennen, und das ist ja genau die Schwere in diesem Prozess, wo ich bei ganz vielen Menschen im Moment sehe, dass du erkennen darfst, dass du den Wert der Liebe erkennst. Und dass du dich nicht ausgrenzen musst von dieser Liebe. Im Gegenteil. Die Liebe ist das integrierende Moment. Die Liebe ist das verbindende Moment. Und das steht dir zu. Das steht jedem Menschen zu. Und dass du die Traurigkeit und die Ängste, die dich vielleicht noch bisher in deinem Leben bewegt haben, oder noch bewegen, vielleicht auch das Gefühl, dass du falsch bist, nicht genügst, dass du das lösen und heilen darfst. Weil gerade hier hast du dir schon einige Schläge eingekassiert. Das sehe ich ganz eindeutig. Man hat dich da so ein bisschen in den Ecken reingeprügelt. Und das hat mit dem zu tun, dass du lernen darfst, dich selber anzunehmen. Und dir das zu vergeben, dass du nicht gut genug zu dir geschaut hast. Vielleicht hast du zu fest für andere geschaut. Und dann ist das Universum natürlich ganz gnadenlos. Und sagt dir, wenn du dich bitte mal für dich schaust, also um diese Auseinandersetzung geht es für dich. Das ist im Unterbewusstsein. Da haben wir noch verletzte Anteile im Unterbewusstsein. Und denk dran, wenn das dein Unterbewusstsein bewegt, dann kommt das natürlich auch in dein Bewusstsein. Dann kannst du dich natürlich auch fragen, warum bin ich so ein Pechvogel? Ja, weil da die Verletzungen noch nicht geheilt sind. Und die dürfen in die Heilung gehen. Wir haben Portal gedägt, weil im Bewusstsein immer die neun von den Federn, ja, es zeigt einfach genau auch nochmal die Energie an. Ich sehe wirklich, es verletzt das innerste Kind bei dir. Das verletzte inneren Kind. Dein Innerste ist verletzt worden. Und das hat dich so ein bisschen wie in den Schatten getaucht. Und das möchte jetzt in Liebe, in aller Liebe und in aller Deutlichkeit geheilt werden, meine Liebe. Meine Liebe, du hast es verdient, dass du da von diesem Kreienvogel abgeholt wirst und ins Reich von der Zalberei und Magie geführt wirst, ins Reich von der Sternschnuppernacht und von der Kristallkugeln, dass du dir deine Schatten anschauen darfst und dass sie in die Heilung kommen dürfen. und dass du die Magie spürst, die für dich da ist und dass man dich da heilt von deinen Schmerzen und von deinen Wunden, von der Vergangenheit und dass du das nicht mehr länger mit dir rumtragen musst. Weil ich sehe, dass das einen negativen Einfluss hat auf deine allgemeine Befindlichkeit. Das ist so, wie als wäre die ganze Zeit so ein Schatten in dir. Und das ist nicht nötig. Du darfst ins Glück gehen. Du darfst dich freuen und darfst dich geniessen, so wie du bist. Ja, das ist ganz wichtig. Wir schauen mal, wie das weitergeht in der Zukunft für dich. Wow! Es kommt der Elefant. Bearer of Justice. Das heisst, du bekommst die Gerechtigkeit. Und ich sehe auch da, weisst du, dass die alles so ein bisschen Energien, wo du so ein bisschen wie in die Ecke gedrängt worden bist. Aber warum bist du in die Ecke gedrängt worden? Dass du da zur Kraft dürfst kommen. Dass du deine Würden anerkennst, deine Menschenwürden. Und dass du erkennen und sehen, was du für ein grossartiger Mensch bist. Wie gross du bist. Und wie lieb du bist. Ja, der Elefant hat so viel Weissheit. Ich muss gerade noch mal an das Status Quo-Orako denken vom Januar. Schau dir das noch mal an. Wir sind in den finalen Zügen vom Januar. Wir sind in den Portal-Tagen. Meine Lieben, diese Energien sind extrem streng. Sie ziehen wirklich beim einen oder anderen noch mal die Schrauben an. Dass da wirklich Gerechtigkeit darf kommen. Dass dein inneres Kind darf Gerechtigkeit erfahren. Dass du Gerechtigkeit erfahren und dass du gerecht behandelt wirst. Das ist auch sehr wichtig. Das hat mit Themen zu tun, die aus deiner Kindheit kommen. Wo du Ungerechtigkeiten erfahren hast. Und das hat sich jetzt auf dein Leben ausgewirkt. Und das möchte jetzt befreit werden. Dass du später im Jahr hier die Liebe spürst. Dass du in die heilige Vereinigung von dieser Liebe gehen darfst. Wie schön ist das. Das macht gerade in meinem ganzen Körper Wuhuuu. Ja. Also das ist einfach wirklich so wichtig. Und ich sehe, dass da alte karmische Schnür abgetrennt werden wollen. Für dich, dass du da wirklich kannst in die Liebe gehen. Dass du in die Umarmung darfst gehen, die dich erwartet. Ja. Mit und zu anderen Menschen. Zu Freunden. Oh, Freude. Es wird schön. Und ich spüre ganz viel Wärme, die da auf dich zukommt. und wirklich ehrliche Liebe, die von Herzen herkommt, die dich annimmt, die dich so umarmt. Es fühlt sich einfach gut an. Es fühlt sich so gut an. Und du bist so gross geworden durch den ganzen Prozess. So stark. Für dass du deine eigene Autorität und deine Würde wieder hast zurückerobern. Und die Würde, die so maltratiert und missachtet worden ist in der Vergangenheit. Das war für nichts geringer als gut. Ich weiss, auch wenn es sehr schmerzhaft war, dass du da in deine Grösse wachsen konntest. von dieser Person, wo du wirklich bist. Und ich sehe, dass da ganz, ganz viele Sterne für dich anfangen zu leuchten. Der ganz grosse Sternenglitzer wird sich für dich öffnen. Aus der ganzen Sternschnuppennacht wird der grosse Sternenquell sich dir ergiessen, wenn du dir da erlaubst, ganz durch den Prozess durchzugehen. Also nimm es an. Nimm es an, weil es heilig ist. Und du es nicht verurteilen. Du wirst die Gerechtigkeit bekommen. Ja, wir schauen mal weiter, ob sich das Geheimnis der hohen Priesterin bereits schon offenbaren kann oder nicht. Nein, wir haben hier den Seeleu. Das ist keine grosse Arcana-Karte, darum decken wir das wieder ab. Das heisst, es geht noch weiter in dieser Serie mit den Krafttieren. Ja, würde mich auch nicht verwundern, weil das ist da so wirklich auch noch ein Prozess, der noch mal in die Heilung möchte gehen von Ängsten, von Gefühlen, von Nichtgenügen, damit es sich ganz erlösen mit dem Elefanten in der Zukunft. Also es wird noch ganz intensiv in dir arbeiten in den nächsten Wochen. Und ja, ich werde einfach wieder dreh schauen, wenn mich die hohen Priesterin ruft und wenn es für uns wieder angezeigt, ist da die Energie abzufangen. In dem Sinn, wünsche ich dir weiterhin viel, viel, viel Vertrauen auf deinem Weg. und dass du den Wert der Liebe erkennen darfst. Und dass du die Durststrecke hoffentlich schneller als Längsämmer hinter dir bringen kannst. In dem Sinn, alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss!